Die Wojwotschaft Kujawin-Pommern ist eine der 16 Wojwotschaften, in die der Staat Polen gegliedert ist und befindet sich im nördlichen Zentralpolen. Die Hauptstädte der Provinz Kujawin-Pommern sind Bietgoszcz und Turun. Bietgoszcz ist Sitz des von der Zentralregierung eingesetzten Wojwoden, der für die Verwaltung der Zentral aus Warschau zugeteilten Finanzen für das Innenresort und die Polizei zuständig ist. Turun ist Sitz des Wojwotschafts-Marschalls, seiner Regierung und des Parlaments. Wappen Beschreibung In Silber unter einer goldenen Krone ein goldener bewährter roter halber Adler und links gewendeter rot bewährter halber rot konturierter schwarzer. Greif Bevölkerung Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Großpolen, Kujawin und Nachfahren der Pomoranen und Prusen. Geschichte Die Wojwotschaft ging mit der polnischen Gebietsreform von 1999 aus den Wojwotschaften Bietgoszcz, Turun und Wehloche-Lawek hervor. Das Gebiet umfasst im Wesentlichen das ehemalige Westpreußen und die ehemalige Wojwotschaft Großbomerellen. Deren Gebiet überwiegend zum heutigen Kujawin-Pommern gehört Verwaltungsgliederung. Die Wojwotschaft Kujawin-Pommern wird in 19 Landkreise unterteilt, wobei vier Städte kreisfrei bleiben. Sie bilden zwar unter ihrem Namen ebenfalls einen Landkreis, gehören ihm aber selbst nicht an. Kreisfreie Städte Bietgoszcz, Turun, Wehloche-Lawek, Grugions, Landkreise-Geografie, größte Städteflüsse Bedia, Kanal Bietgoschi, DERWIKE, Gielona-Struga, Jordan, Mien, NUTEC, OSA-Rokitke, Terzina, Wiesla, Wirtschaft. Im Vergleich mit dem BIP der EU ausgedrückt in Kaufkraftstandards erreichte die Wojwotschaft 2006 einen Index von 45,7. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2009 bei 15,8 Prozent, was 134.100 Personen entsprach. Verweise Weblinks Homepage der Wojwotschaft Kujawin-Pommern Blog für Touristen über Kujawin und Wehloche-Lawek Fußnoten-Ergebnis der Volkszählung 2011 Gloni-Ursat-Statis-Deitschni Wainiki-Narodo-Vigus-Besupov-Schechnigolut-Noschi-I-Miskan 2011 Warschau März 2012 Online Gloni-Ursat-Statis-Deitschni L-U-D-N-O-C-S-T-A-N-I-S-T-R-U-K-T-U-R-A-W-P-R-Z-T-K-R-O-J-T-E-R-Y-T-O-R-I-A-L-N-Y-M Stand vom 30. Juni 2008 Grünvlies in polnischer Wikipedia Jordan in polnischer Wikipedia Rocket Game in polnischer Wikipedia Tazina in polnischer Wikipedia Jurostat Pressemitteilung 23 2009 Regionales BIP-J-Einwohner in der EU 27 Zentrale Statistikamt Polens BIP-Z-Robot-Ni-O-A-Z-St-O-Pa-Biz-Roboshe-W-G-W-I-A-W-O-T-Z-TV Grugien 2009 3. Februar 2010 HTTP Detektor FM Wirtschaft Polen Wirtschaftswunder an der Weichsel